Kurzsichtigkeit Kurzsichtigkeit ist ein Sehfehler, der weltweit auf dem Vormarsch ist. Oft beginnt sie in der frühen Kindheit und verschlechtert sich während der Schulzeit. Eine starke Kurzsichtigkeit geht oft mit ernsthaften Komplikationen einher, wie zum Beispiel grünem Starr, grauem Starr oder Netzhautablösungen. Es ist von größter Bedeutung, das Risiko solcher Komplikationen für ihr Kind zu reduzieren. Die Forschung hat gezeigt, dass Orthokeratologie das Voranschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern verlangsamen kann. Ein wesentlicher Faktor scheint dabei das Licht zu sein, das auf die äußeren Bereiche der Netzhaut trifft, wenn die Augen fokussieren. Bei Brennen und herkömmlichen Kontaktlinsen werden diese Lichtstrahlen hinter der Netzhaut gebündelt. Dies kann das Risiko einer fortschreitenden Kurzsichtigkeit sogar erhöhen. Im Gegensatz dazu bündeln Orthokarkontaktlinsen das Licht der äußeren Bereiche vor der Netzhaut. Wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass dies die Entwicklung der Kurzsichtigkeit verlangsamt und das Risiko zukünftiger Komplikationen für ihr Kind vermindert. Orthokeratologie ist eine sichere und bequeme Lösung, die die Kurzsichtigkeit sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern perfekt korrigiert. Wichtiger noch, es ermöglicht Ihnen die Verschlechterung der Augen Ihres Kindes deutlich zu begrenzen und dadurch seine Lebensqualität zu erhöhen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 B playset